Warum sollten Ameisen aufeinander schießen, wenn sie doch Freunde sein können? Wem soll das nutzen, mein Freund? Entschuldige, aber Ameisen stellen keine Fragen. Warum sollten Ameisen aufeinander schießen, wenn Sie Freunde sein können? Warum sollte Ameisen? Entschuldige, aber Ameisen stellen keine Fragen. Warum sollten Ameisen aufeinander schießen, wenn Sie ein Freund sein können? Was ist ein Freund? Ich bin froh, aber Ameisen nicht fragen. Warum müssen Ameisen aufeinander schießen, wenn Sie Freunde sein können? Was ist meine Freundin? Entschuldige, aber Ameisen nicht fragen. Warum sollten Ameisen aufeinander schießen, wenn Sie Freunde sein können? Was ist meine Freundin? Entschuldige, aber Ameisen nicht fragen. Warum müssen Ameisen aufeinander schießen, wenn Sie Freunde sein können? Warum müssen Ameisen aufeinander schießen, wenn Sie Freunde sein können? Was ist meine Freundin? Entschuldige, aber Ameisen aufeinander schießen, wenn Sie Freunde sein können? Wie funktioniert das schießen, wenn Sie Freunde? Entschuldige, aber Ameisen nicht fragen. Warum sollten Ameisen aufeinander schießen, wenn Sie Freunde sein können? Wenn sie Freunde sein können, wöge ist mein Freund? Erfnis, aber Ameisen aufeinander schießen. Was ist die Frage? Was ist die Frage? Was ist die Frage? Was ist die Frage? Was ist die Frage?